Locro de Papa, Kartoffelsuppe aus Ecuador Locro de Papa ist eine cremige Kartoffelsuppe aus Ecuador, die traditionell mit Käse und Avocado serviert wird. Sie ist ein einfaches und nahrhaftes Gericht, das sich perfekt für kalte Tage eignet. Um eine vegetarische Version zu machen, kannst du die Hühnerbrühe durch Gemüsebrühe ersetzen und den Speck weglassen. Hier ist ein Rezept für vier Personen. Zutaten Ein Esslöffel Öl Eine Zwiebel gehackt Zwei Knoblauchzehen gehackt Ein Teelöffel Kreuzkümmel Ein Teelöffel Oregano Salz und Pfeffer nach Geschmack Sechs mittelgroße Kartoffeln geschält und in Würfel geschnitten Vier Tassen Gemüsebrühe Eine Tasse Milch Eine Tasse geriebener Käse, zum Beispiel Mozzarella oder Cheddar Ein Avocado entkernt und in Scheiben geschnitten Frischer Koriander zum Garnieren Zubereitung In einem großen Topf das Öl bei mittlerer Hitze erhitzen Die Zwiebel und den Knoblauch hinzufügen und unterrühren etwa 10 Minuten braten, bis sie weich sind Den Kreuzkümmel, den Oregano, Salz und Pfeffer hinzufügen und gut vermischen Die Kartoffeln und die Gemüsebrühe hinzufügen und zum Kochen bringen Die Hitze reduzieren und etwa 20 Minuten köcheln lassen, bis die Kartoffeln weich sind Mit einem Kartoffelstampfer oder einem Mixer die Suppe leicht pürieren, sodass noch einige Kartoffelstücke übrig bleiben Die Milch und den Käse hinzufügen und unterrühren erhitzen, bis der Käse geschmolzen ist Die Suppe abschmecken und bei Bedarf nachwürzen Die Suppe in Schalen verteilen und mit Avocado, Koriander und mehr Käse garnieren Guten Appetit!